Na, haben wir denn schon Silvester, Captain Haudegen? Sei mal ehrlich, wenn du das Geld hättest, dann würdest du es jetzt auch tun. Muss ein Meiner. Er muss gleich wieder die Fahndungslevel erhöhen hier. Prost Neues! Prost Neues! Er sieht so stark aus wie die ganz coolen Ding reinpacken. Ist das ein Spieler? Ein Treffer! Und wir haben das Haus im Kranz gesteckt. Er ist im Passivmodus, Feigling. Ich fand aber unser Feuerwerk richtig schön. Das sah von Weitem bestimmt extrem cool aus. Oh mein Gott. Guten Tag! Stell dir mal vor, ein Silvester, weißt du, das ist keine Munition mehr. Gehst kurz zu booten, die holst du nochmal neu. Ist er immer noch ein Passivmodus? Ja, das ist nicht so gut. Er sieht extrem cool aus. Er denkt sich so, die sind so toll, die machen für mich extra Feuerwerk. Oh, 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 oh. Ich auch.